Was geht, Digga? Willkommen zu einem neuen Video, so, ne? Ihr wisst Bescheid, Alter. Einfach ein neues Live-Event gerade am Start. Ich weiß, ich war so lange nicht mehr hier online, vorne, also dieses Tags. Hä? Was zum Fing? Ich bekomme einfach falsch an. Wir schauen uns dieses Live-Event mal an, hier einfach so, ne? Ich bescheid, Alter, ich hab ein bisschen komisch redet oder so. Ich hab einfach gerade eine ganze Pizza in mir reingefressen. Ich fühle mich so fett, wir sehen uns gleich, wenn das Video wurde. Alter, Digga, was ist hier dafür, Armee? Okay, let's go, Leute, let's go mit Video. Oh, Digga, geht das gerade los, oder? Jo, es geht halt echt los, ja, moin. Aber was passiert jetzt? Es wird dunkler, okay. Wir dürfen das Video. Erstmal Mode ballern. Digga, wer mag mir jetzt snappen? Ah, die, okay, egal. Ah, und wer snapp jetzt? Ach, die, okay. Perfekt, ich snapp später zurück. Ey, Leute, hier, Thema Snapchat, äh, wir sind nicht alle auf Snapchat, ich baue Flammen auf, mit jedem Platz, wo Leute. Der Gründer. Hä? Ja, hä, hä, was geht am Alter? Ey, wer meint das Ablaut zu wissen? Welche Affe? Hä? 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 Los, Mädels, ich glaube, ich soll euch hoch wieder. Hä, musst du die abknallen, oder was? Die Vögel dahin. Hä, was geht ab? Ah, Leute, wir können die Charme machen, hä? Wie geil ist das denn? Den haben wir, glaube ich, halt. Ah, den haben wir wieder Schaden machen. Ey, da oben ist ja auch wieder dieses UFO, ne? Irgendwie? Irgendwie, irgendwie, ich find's lustig, das Event irgendwie, hä? Hä? Oder, ich bin davon los, weil ich kapier gar nicht, was abgeht so. Digga, einfach so, wie der sei. Digga, die schießen! Digga, die schießen! Was wollen die von uns? Digga, wie geil. Digga, die bombardieren einen einfach. Kevin, gib hier um ihr Leben. Kann er, Digga! Jo! Was passiert jetzt? Lol! Ah, der ist in so einer Schutzhülle, wo man keinen Schaden bekommt, oder was? Hier drin passiert nichts. Was für Kinder? Du willst Kinder von mir? Kannst du haben. Jo, jo, jo! Mama? Bist du es? Hä? Ich lebe wieder, hä? Digga, ich kapier gar nichts. Digga! Digga, das überfordert mich. Ah, nein, nein, nein. Mach mal keine Faxen. Was sind das für hässliche Vögel da unten? Unglaublich, Alter. Jo! Ja, nein, nein. Leut! rale. Das ist ja Mystical. Digga. Was passiert jetzt? Was wollen die von mir? Ja, die aliens überfallen, mich, oder? Hörsi?! gestern gelitten was kann ich wie sie tun ok ok der macht keinen spaß daraus was passiert jetzt werde ich von rufus und fährt entführt oder der hat wieder bekommen habe ich glaube ich nehme ich glaube ich habe ton ausgeschaltet wer ach so die ok dann schalte ich wieder datum aus ich höre nix warum hab ich keinen ton an im video hört man es auch nix oder aber an mich hört es selbst hoffe ich aber hört man die nicht der arme kollege der was passiert ist das nicht dieser wie sie noch mal blockbuster oder oder die wie hieß denn noch mal von damals aus season 4 dieser eine aus dieser raketen station oh mein gott ist er das ich weiß es nicht aber ich würde so gerne wissen was die reden ich habe jetzt bock auf noch eine pizza aber ich kann nicht mehr egal in der stabilen seitenlage würde ich wohl noch eine pizza schaffen ich könnte schwören das ist das kind von damals aus season 4 der und benny hat auch eine neue frisur oder kommen wir das so vor okay also die kämpfen hier die guten so gegen schlechten oder was ist das blockbuster wird auch damals auf der guten seite oder ich weiß es nicht mehr und leute tragen auf jeden fall creator code max kass gemeintisch habe ich würde mich damit riesig unterstützen würden fünf prozent von dem was sie gekauft hat auf mein konto gehen der ja das wert kurs mega korrekt wäre das dank an alle die es bereits gemacht haben ehrenaktion von euch was geht hier ab alter ich will wieder kämpfen schreiben eure meinung zu diesem event in chat leute ich finde es ist mega geil aber mich hat mega ab dass ich keinen ton ab so ein bisschen ich höre nix oder herz schlagen bringen das was ich glaube nicht egal hast du das liegt daran doch ich habe wieder tun leute medis ich habe so ohne folgt mir alle zur brücke das dann ist sicher okay aber wurde die kenne ich die kenne ich das ist mein bruder alter der jasse macht spaß um sein leben zu rennen stimmt ja krass das denkt mir ich ein ich mach das mit der tür oder wir müssen ja durch darauf erst tanzen so ein johann ist es richtig in einer welt groß johann hat krasseren biceps als sonst ja trinkpause was da so geben wird im spiel ich werde dabei das ist was anderes ich bin nicht dabei ich will bier gib mir bier leute ok 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 ja ok ich danke das ist ja bei und auf die schleifengänge die insel ist verloren aber wir sind sicher wo ich 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 ist es mit es hält das Tauchenfache des Atmosphärendrucks aus Juhu! Und was ist damit? Digga! Was geht jetzt ab? Sieht so aus als würde ich Toilette-Runde gespielt werden einfach Oh mein Gott ist das nicht die Map? Was passiert damit? Digga! Oh mein Kollege hat mir gekostet Ich war einfach Tonausdecker Aufwand nicht gestört oder so wie das klingeln Habe jetzt einfach Ton ausgeschaltet Aber oh mein Gott Das ist emotionaler als Titanic Das nehme ich als Bild für Sunday Ey! Kann... Ey! Oh mein Gott! Ich habe eine Vermutung Das ist die alte Map Und es hat sich wieder so umgedreht Und es ist jetzt so wie damals alles Wisst ihr? Das ist meine Vermutung So die Map hat sich umgedreht Und halt die... Wir haben alle das alte zurück So Tilted Towers, Junk Junction, Fated Fields, Anarchi, Acrius, Lucky Landing und so Digga, wisst ihr noch alter? Wie krank das wär Hä? Digga! Digga, was geht jetzt ab? Genau, mir ist erläutig Ich bin jetzt an der Stelle auch Video Hier schon bei Yassir vorbei TragCreatic und Max Kaskar Ich bin auch ein Leute, ciao So Befus Aufnahm like